Angreifen. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr üben, Waffenlagerschränke anzugreifen und uns dafür genau was überlegen. Das hat nämlich nicht gut geklappt bis jetzt. Wir haben zwei Angreifer unten auf Waffenlagerschränke verloren. Ja, genau das ist es halt. Wir haben ja keine Verteidiger auf Waffenlagerschränke. Die Verteidiger unten laufen. Ich hab ne Camp im Raum. Ich hab nen langen Gang. Ich pushe jetzt, glaub ich, einmal rein. Wir haben noch einen M-Band-Smog oder Mies. PUSCHEN! Wir machen vorne die Wand auf. Jaja, klar. Ich mach wieder die Tür auf. Ich mach wieder das Fenster auf, ja. Der macht wieder Bandits. Hinter dir! Machst du den? Oha, nein! Oha, Junge! Ja. Diebel ist reingeschissen gerade, Alter. Ich renne einfach Cranks hinterher, wir werden beide gebumst. Boah, Alter! Einer ist Osttreppe. Jäger ist auf Osttreppe, Yannick. Pass auf. Der schlägt da auf, der schlägt da auf. Der Castle zielt die Tür ab, äh, das Fenster ab und der Bandit steht direkt hinter der Wand, macht Banditrick. Können wir nicht, lass es, lass es, wir machen es. Ja, ja. Über Amry dann. Bisschen Baiten. Aber weiß einer, wie das Waffenlager aussieht? Einer ist Dings, äh, ich hab keine Szene. Ich hab keine Szene. Ich hab keine Szene. Aber ich weiß nicht, ob noch was drin ist. Ich hab keine Szene. Ja, okay. Die haben noch die Außen. Die haben noch hier irgendwo eine Cam. Oh, ist okay. Ja. Waffenlager ist der Kapkan. Waffenlager ist der Kapkan. Waffenlager ist der Kapkan. Ja, ja. Kapkan hier, hier. Schön, schön. Tot, ist tot, ist tot. Nice Boys. Pass doch trotzdem noch auf Kapkan-Drähte auf. Der hatte zwei Stück nach hinten platziert. Vor dir in dem Raum liegt einer. Genau, der müsste einen wegmachen. Der hat ihn weggemacht, ja. Ich kann die Wand da aufmachen, Mr. Matt, wenn ihr mich deckt. Was? Ja, mach. Okay. Marco ist im Raum. Bandit ist im Raum, an der langen Wand. Ich deck von hinten. Ich seh nichts mehr. Oh, schön. Richtig schön, Yannick. Geht auf, geht auf. Wand geht auf. Hinter dir, Marco. Die Wand geht auf. Von wo krieg ich jetzt? Bandit sitzt bei langer Wand. Immer noch? Von Bandit, von Bandit. Aus dem Raum. Ich dachte, ich muss durch zwei Wände ein bisschen getroffen. Warte mal ganz kurz. Warte, 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 warte. Ja, ja, ja. Rechts. Direkt um die Ecke. 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 Der rennt weg. Der rennt weg. Der liegt jetzt direkt hinter der Mauer. Der liegt hinter der Mauer. Marco hat ihn. Noch noch Jäger. Bandit auch hoch. Der war auf Treppe. Ja, der war auf Treppe. Komm, komm. Schön, Jungs. Nice. Boah. A4 eliminated. Ge-fistet, Alter. Ge-fistet. GG, Alter. Schreibt ihm direkt. Wir haben das nicht verdient, GG zu bekommen. Einfach nicht verdient. So. Ich will jetzt zur Tanke einmal gehen. Toxic, ich hab diesen Lullowolf einfach eingeladen jetzt. Jo. Wegen GG, halt. Alter, Yannick. Dafür, dass der noch nicht da ist. 10-2. Ach. Schön. Sehr schön gespielt. Jetzt können wir rausgehen, oder? Ja. Ich trag das ein. Ich würd jetzt einmal... Was war das Ergebnis? 10-3, oder? 10-3, oder? Ja. 10-3, oder? 10-2. Wie viele Runden? 10-2. 10-2. Wir haben zwei Runden auf Grenze gewonnen. 10-2. Und auf Dingskeile, gell? Und auf Dingskeile, gell? Favela haben wir 5-0 fertig gemacht. Easy gefistet. Richtig hart. Tief rein. Sehr schön. So. Wir hören uns gleich. Ich geh gleich ein bisschen mit Raphael. Jungs, der Hanf kann jetzt für mich mit spielen. Ich bin jetzt raus. Ich zocke mal ein bisschen mit André. Ich zocke jetzt auch noch was mit Raphael. Ja. Haut rein, Jungs. Ich zocke wohl auch noch ein bisschen GTA jetzt. So. Hallo. 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 Ja. Gut gespielt, Jungs. Ja. Ja. War ein gut.